Oh, was für ein Unterschied! Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Stomaversorgung hat B. Braun einen neuen, konvexen Stoma-Beutel entwickelt. Sehen Sie selbst, was er für Sie tun kann. Softima Active O-Convex, entwickelt, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten, um das Stoma herum, für bündige bis zurückgezogene Stoma-Profile. Diese Technologie kombiniert einen flexiblen Kunststoffring und eine leichte Konvexität von 6 mm, um sich Ihren Körperkonturen anzupassen. Das schafft Flexibilität. Softima Active O-Convex ist dank seiner weichen, konvexen Form sehr sanft zur peristomalen Haut. Zur zusätzlichen Fixierung kann ein Gurt angebracht werden. Dadurch wird der Effekt der Konvexität verstärkt. Er ist durch drei verschiedene Schlitze auf jeder Seite individuell einstellbar. Softima Active O-Convex. Spüren Sie selbst den Unterschied. Sanft zur Haut, hohe Flexibilität und leicht zu entfernen. Probieren Sie Softima Active O-Convex. Untertitelung des ZDF für funk, 2017